So Leute, willkommen zurück zu Let's Play, Let's Play 2. Hey! Ja, und dieser perfekt ist, äh, ja, Park geklaut. Genau! Ja, der gute Zocker Manuel ist wieder dabei, äh, ja. Und wir machen da weiter, wo wir jetzt mal aufgehört haben. In diesen Scheißraum hier. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Äh, äh, ah, okay. Ja, der kann wieder nicht zählen, leider. Das Geld überträgt das nicht. Sonst wäre es vielleicht die ganze Zeit. Scheiße. Ich hab einen Stromschlag bekommen. Das ist so hoch. So. Tür gehängt und wir können weitergehen. Der Fußgraf nicht geschockt. Oh. Ein Raum mit Lampen. Selten. Ich hab kaum noch Munition, das ist das Behinderte. Das hat man bei jedem Spiel, egal ob bei Was in Evil oder was weiß ich. Wie macht man das? Wie behält man das alles in seinem Inneren? Dass das Gesicht durch die Schmerzen verrägt? Niemand wird je die Schuld erhalten, die du verspürst. Nur die dunklen Gedanken erfahren, die du für dich behältst. Ich höre nur Geschrei. Ach, da war grad wieder diese Frau da. Ach so, die immer die Tipps gibt. Nee, nicht die. Die Illusion oder was da ist. Ach die, die am Anfang da mich so krass erschreckt hat. Ich hab den Namen vergessen. Leider. Ich hab die Aufgabe erfüllt. Eintritt Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Super, sowas Schönes oder nicht? Super, sowas Schönes oder nicht? Meiner nur Schwiebs. Ich kann fliegen. Not. Wo muss ich schon achter, richtig? Ich muss hier zwei Solar-Dinger ausrichten. Ich weiß nicht, wie ich dich steuern kann, ach doch jetzt. Das ist jetzt unter Zeitdruck, weil ich habe nicht zu viel Luft. Ach so, ist es auf Zeitdruck? Okay, Ellie, einer wäre geschafft. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wir versuchen jetzt die Abdeckung zu öffnen. Schlaf, helfen Sie mir mal. Er wird mir wehtun, ich bin nicht stark genug. Ich verspreche, ich schütze Sie. Nur kommen Sie her und helfen Sie mir. Irgendwas ist auf den Kollektoren. Das ist... Oh mein Gott! Da sind Hunde... Tausende von denen! Sie strömen auseinander! Ellie, verschwenden Sie da! Oh Gott, Sie kommen hierher! Laufen Sie, Schlaf, weg hier! Ellie, kommen! Ellie, Ellie! Hey, Schatz! Sie ist tot. Ich habe nicht mehr viel Luft. Sie ist tot oder sie ist kurz vom Verrecken. Ich habe nicht mehr viel Luft, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Okay, ich lufte ja. Ach nee, du hast auch noch begrenzte Luft. Ach Gott, ich habe wieder Luft. Ich habe nicht mehr Luft. Das ist doch was Gutes, oder nicht? Aber ich habe es zum Glück noch geschafft. Ich werde angegriffen. Alter, was passiert denn bei dir? Ich werde angegriffen von welchen, äh... Ja, was immer das auch ist. Handeln? Zombies? Nee, das sind Pflanzen. Ah, ich habe es da gehört. Ich habe das aber schließe. Voll langsam knüpft. Ich verstehe auch fast. Ich verstehe auch fast. Ja, auf zu sterben. Na, so schlimm ist es dann doch wieder nicht. Ah, ich wollte schon malen, ey. aber aber wenn ihr auch für dass dieses Video wird sich ist daumen hoch wir haben auch so mannsagen Hör auf, verdammt! Was? Du sterb? Du nervt mich. Ich mach dir jetzt tot. Tut ich sie doch einfach. Jetzt auch. Jetzt hat's nur noch ein Beul. Neun. Jetzt verbrenne ich die Pflanze. Okay. Aha! Was? Ich glaub, jetzt braucht's nochmal Luft. Soh, jetzt soll ich das nochmal Luft passieren. Das gibt's mitdrücklich. Das ist mitdrücklich. Das muss ich dir ja mal behalten. Ist du schon mal dringend? Herrsch, ich fahre schon an die Shadow. Soh, jetzt geht's mal weiter hier. es ist schon komplett st 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 ich habe keine medifix mehr so gut verwahrt kannst du nur du sein Ah, geschafft. Sehr gut. Und ich habe eine Chiefman bekommen. Aufgeladen. Jetzt verspüren wir nochmal Luft. Dann ist alles gut. Oh Mann, das ging nicht gerade lustig. Ich glaube, jetzt werde ich sterben, aber das ist mir scheißegal. Scheißegal. Austritt Schwerelosigkeit. Austritt Schwerelosigkeit. Eddie, kommen! Isaac, wir müssen den Regierungssektor durchquert haben, bevor wir uns abschneiden. Sie werden es nicht rechtzeitig herunterklappen. Ich werde da sein! Ich werde da sein! Boah, schrei nicht so rum, Isaac. Instabilität in der Ausrichtung der Anlage entdeckt. Schleidersitze werden initialisiert. Schleidersitze? Schleidersitze? Schleidersitze. Oh. Wah! Schade, dass du das gar nicht gesehen hast. Mir ist irgendwas entgegengekommen. Ich bin einfach gegen geflogen. Ey, Epic Fail? Ja, das war wirklich Epic Fail. Ey, Leute, findest du dazu, dass Epic Fail ist. Die abonniert ihn. Oh! Bauch hoch! Ich hab aí, dich nicht gesehen? Ich hab's einfach richtig gesehen! Jetzt hab ich so gesehen! um ich bin durch was durch das ich bin durch eine Röhre ich bin durch eine Röhre ich hab nur um gerade Zahlen an Fakten sind wieder verregt aber da konnte ich nicht vorbei er ist tot ich muss mich alles noch mal frei machen ich glaube hier ist eine Epic Fail voll stehen und wieder das gleiche der ewige Züge ist und 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 die Hügel hat mich gerade angekriegt Ich bin so ein Idiot. Du bist tot? Ja. Das kann ja nur dir passieren. Ich glaube, ich werde kein Pilot. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich fähle, ne?